BVB Total im Doppelpass mit der Telekom wird präsentiert vom Mediamarkt Club Ich hatte eigentlich mit mehr Verkleidung gerechtet, das scheint mir nicht der Fall zu sein, aber wir wollten erst noch. Thomas Tuchel als Thomas Tuchel heute. Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal Viertelfinale morgen Abend bei den Sportfreunden Lotte. Ich begrüße wie immer auch unseren Trainer Thomas Tuchel und bitte euch, sie um die Fragen an Thomas. Bitteschön, wir gehen zu Sascha Batsinski, Sky Sport News HD. Ja Thomas Tuchel, wie schätzen Sie Ihren Gegner aus Lotte ein? Ja, es ist natürlich mal auf dem Papier ein Drittligist, allerdings von der Aufstiegskandidaten, Aufstiegsaspirant, die haben noch zwei Nachholspiele und von der Leistungsstärke im Grunde auch einzuschätzen wie ein Zweitligist, die Leistungsdichte ist dort sehr eng. Ein sehr aggressiver Gegner, ein sehr emotionaler Gegner und der in der Ausgangslage natürlich die Sensation schaffen möchte und sich das vornehmen wird. Und ich erwarte ja, wie gesagt, sehr aggressives, sehr emotionalen und auch einen mutigen Gegner, der nichts zu verlieren hat. Anne von Eickels für den WDR Hörfunk. Am Wochenende konnten die nicht spielen auf ihrem Rasen. Ist das ein Nachteil für euch, dass der Platz wirklich so schlecht ist? Wie siehst du das? Der Platz ist auf jeden Fall ein Nachteil für uns, aber da sie nicht das Heimspielrecht tauschen wollten und bei uns spielen wollten, müssen wir dort antreten und das ist natürlich ein Punkt und ein Punkt in der Gesamtkonstellation, der sehr entscheidend ist, dass wir uns frei machen von allen Äußerlichkeiten und von allen Ausgangslagen und von allem Favoritendenken und Liegendenken und was dort alles passieren muss, um irgendwelchen Ansprüchen gerecht zu werden und was nicht passieren darf. Wir schaffen uns komplett bei uns zu bleiben, uns komplett frei zu machen von allen äußeren Umständen. Der Platz ist so wie er ist und wir werden darauf versuchen, so gut wie möglich unser Spiel durchzubringen, dass das kein Vorteil ist. Okay, das ist offensichtlich. Wir wollen trotzdem, dass es am Ende reicht und wollen das auf jeden Fall schaffen. Gibt es weitere Fragen? Matthias Dersch von den Ruhr Nachrichten. Herr Thurl, können Sie schon verraten, wer morgen im Tor steht? Ja, könnte ich, könnte ich, aber mache ich jetzt nicht. Frage erschöpfend beantwortet. Oliver Müller von der Welt, bitte. Wie froh sind Sie, dass die, sagen wir mal, kleine Torflaute von Pierre Aubameyang Geschichte ist und wie haben Sie ihn in dieser Phase erlebt und wie erleben Sie ihn vielleicht jetzt nach Freiburg? Ja, nach Freiburg habe ich noch nicht so viel erlebt, weil es zum einen frei war und heute Morgen für ihn nochmal auch ein regeneratives Training anstand. Wir sind unendlich froh, dass diese Serie beendet ist, weil es natürlich eine Serie ist, die von außen reingetragen wird. Die Minuten werden gezählt, es werden die Chancen gezeigt, die er hätte machen können. Das ist einfach etwas, was daran nagt. Die Position des Torwarts und des Mittelstürmers sind nun mal zwei Positionen, die einfach auch durch ihre Effektivität und durch sich auszeichnen. Das bedeutet, der Torwart wird immer zufrieden sein, wenn er zu Null spielt. Ich kenne keinen Torwart, der lieber 3-2 gewinnt als 0-0, unterm Strich schon, aber er hat immer das Ziel, zu Null zu sehen. Er ist erst vollständig zufrieden, jeder Torwart, wenn er zu Null spielt und gewinnt. Und so ist es bei den Stürmern auch. Die sind am Ende, die Mittelstürmer, dann am glücklichsten, wenn sie getroffen haben und das Team gewinnt. Und deshalb ist das bei O-Bahn nicht anders. Das ist ein Wesenszug, der ihn zu dem macht, der er ist und zu dem herausragenden Mittelstürmer macht für uns. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass er trifft und dass er jetzt sofort wieder doppelt getroffen hat. Und das ist natürlich eine große Befreiung für ihn und hilft ihm, sich auf die kommenden Aufgaben jetzt auch zu freuen und zu konzentrieren und alles andere einfach auch abzuschütteln. Hat jemand der drei Menschen, die nicht in den Laptop gucken, noch eine Frage? Dann gehen wir zur Bild-Zeitung bitte. Moritz Leikam. Ja, wie sieht es denn personell eigentlich aus? Gibt es irgendwelche angeschlagenen, Verletzten oder Rückkehrer auch? Ja, Papa ist erkältet, kann aber eh nicht spielen, weil er sich ja noch da eine gelb-rote Karte abgeholt hat im letzten Pokalspiel. Wäre jetzt also ausgefallen und das ist sowieso gesperrt und ansonsten ist die Situation komplett unverändert. Zur letzten Kader-Nominierung. Daniel Berg von der Funk-Comedien-Gruppe. Mikrofon kommt. Das stimmt nicht ganz. Alex Isak hat sich heute so ein paar Oberschenkelprobleme eingefangen beim Training und fällt für morgen aus. Das kann nicht im Kader sein. Das bedeutet, dass die Mannschaft auch ähnlich aussehen wird oder planen Sie mit größeren Veränderungen? Das weiß ich noch gar nicht im Detail, muss ich ehrlich sagen. Der Fokus lag jetzt ganz klar auf Freiburg und auf der Nachbearbeitung von Freiburg. Und heute geht es unseren gewohnten Rhythmus. Heute beginnt die Gegnervorbereitung für uns. Die haben natürlich die Analysten und Vorarbeit geleistet. Aber heute geht es für uns im Trainerteam daran, Gegner dann auch im Detail zu beobachten, nach Lösungen zu suchen. Und wenn wir die dann haben, dann entscheiden wir dann letztendlich auch nach dem letzten Eindruck morgen im Training und nach dem, was wir denken, was wir benötigen, wer aufs Feld kommt. Da ist alles möglich. Es ist möglich, dass wir mit der gleichen Aufstellung nochmal spielen. Es ist aber auch möglich, dass wir ein paar frische Leute draufstellen. Das ist ja ein sehr enger Rhythmus von Samstag auswärts auf Dienstag auswärts. Das ist ja so die knappste Möglichkeit, die du haben kannst. Ich schaue nochmal in die Runde. Anne van Eickels, bitte. Wie gestaltet ihr die Zeit bis zum Spiel? Fahrt ihr irgendwo heute Richtung Osnabrück ins Hotel? Oder wie macht ihr das? Nein, wir trainieren morgen hier nochmal. Der Tag ist ja sehr lang. Wir trainieren hier nochmal um 11 Uhr und fahren dann zum späten Mittag, also fahren dann danach mit dem Bus nach Lotte. Und werden dort zum Mittagessen und haben ja dann nochmal ausreichend Zeit bis zum Anpfiff. Es ist ja Viertel vor neun. Und die Dauer der Busfahrt nehmen wir in Kauf. Das ist so eine gute Stunde. Es ist okay am Spieltag. Und deshalb haben wir uns für diese Variante entschieden. Wir waren ja gerade erst auswärts und haben uns für diesen Ablauf entschieden. Oliver Müller. Sie wirkten nach dem Sieg in Freiburg sehr zufrieden. Vielleicht auch ein bisschen erleichtert. Täuscht der Eindruck? Oder haben Sie so langsam das Gefühl, dass diese Phase der Leistungsschwankung des Sich-Findens, wenn sie noch nicht abgeschlossen ist, zumindest auf einem sehr, sehr guten Weg ist und man dem Abschluss dieser Phase etwas näher gekommen ist durch die Spiele und Leistungen der letzten Wochen? Ja, ob man die jemals abschließt, ist fraglich. Aber auf jeden Fall pendelt die sich gerade auf einem hohen Niveau ein. Der krasse Ausreißer ist und bleibt Darmstadt in den letzten Wochen. Davor und danach waren wir auf jeden Fall in der Lage, in unterschiedlichsten Aufgaben und Spielen auf einem sehr hohen Niveau unsere Leistung zu bringen. Das macht mich natürlich sehr glücklich. Also ich war absolut zufrieden. Wir haben eine absolute Top-Leistung gebracht. Und wir haben angeknüpft eigentlich an die Partien Leipzig, Hertha und dann Benfica und auch Wolfsburg. Und das sind jetzt schon über eine lange Strecke und über viele Spiele einfach eine Top-Leistung, die wir abgerufen haben. Und das gibt uns viel, viel Selbstvertrauen. Und wir haben schon das Gefühl, dass wir da durch, dass wir da jetzt auch das klare Ergebnis bekommen haben und einen sehr komplizierten Gegner so verdient geschlagen haben. Das ist ja nicht von ungefähr, dass Freiburg auch zu Hause viele große Mannschaften richtig ärgern konnte, sie viele Punkte haben. Dann wissen wir schon, wie viel Arbeit dann auch drinsteckt und was die Mannschaft investiert hat. Und die Ausstrahlung war gut, die Einstellung war top. Und ich finde schon, dass wir da auf einem guten Weg sind und auch ausstrahlen, dass wir Lust haben, da weiterzugehen und nicht locker zu lassen. Das wird sehr wichtig sein für morgen. Und wir hoffen natürlich und werden alles daran setzen, das nächste Erfolgserlebnis zu bekommen, was uns natürlich dann auch sehr, sehr helfen wird. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann eine noch. Oliver Müller nochmal. Die abschließende Frage, bitte. Zu dem Eingang dieser Pressekonferenz, als man auch über den Rasen in Lotte gesprochen hat. Sie haben gesagt, versuchen, das eigene Spiel so gut es geht durchzubringen. Wie macht man das, wenn das eigene Spiel ja eigentlich ein sehr gepflegtes Kurzpassspiel ist, mit viel Ballbesitz ist, auf einem, ich sage mal, Acker zu praktizieren? Wahrscheinlich ist es einfach wichtig, dass du akzeptierst, dass du Stockfehler machen wirst und dass du deine Passgeschwindigkeit und deinen Anpass an die Art des Untergrundes, schauen wir mal, wie das morgen ist, aber dass wir uns natürlich darauf anpassen. Also es wäre fatal zu sagen, wir versuchen jetzt das gleiche Spiel wie bei uns im Start. Und ich glaube nicht, dass das möglich ist. Aber es geht mir mehr um so eine Grundeinstellung, das einfach zu akzeptieren und mit diesen Gegebenheiten dann klar zu kommen, weil vielleicht dann auch mal auf einem direkteren Weg nach vorne zu spielen, mehr Fehlpässe einfach auch in Kauf zu nehmen, mehr Stockfehler in Kauf zu nehmen und sich selber auch nicht in risikobehaftete Situationen zu spielen, über einen Klein-Klein dort, wo wir normalerweise vielleicht sogar die Situation spielerisch lösen könnten. Aber das ist natürlich dann am Ende auch ein Problem, weil natürlich über diese schnellen, auch kurzen Pässe wir uns dann auch Räume aufspielen, aber es wird vielleicht nicht möglich sein morgens. Und deshalb, ich kenne die Lösung jetzt nicht, was wir dann morgen brauchen, aber die Fähigkeit, sich darauf anzupassen, die werden wir auf jeden Fall benötigen. Und das beginnt natürlich in allererster Linie damit, dass du im Kopf und mental, dass du einfach dich auch darauf einstellst, dass dir mehr Stockfehler passieren werden und dass du dich da nicht übermäßig ärgerst und dass du es einfach in Kauf nimmst, dass du vielleicht für deinen Angriff ein paar mehr Anläufe brauchst, dass du ein paar mehr Kontakte brauchst, bis der Ball kontrolliert ist. Wir haben jetzt nicht unbedingt vor, Kick and Rush zu spielen. Ich denke, dass das eher dem Gegner entgegenkommen würde als uns. Deshalb gilt es schon, dann in den entscheidenden Phasen den Ball dann trotzdem zu kontrollieren, präzise zu spielen und Lösungen dafür zu finden. Aber es ist sehr wichtig, da eine Einstellung dazu zu haben und da einfach zu akzeptieren, dass das nicht alles so perfekt gelingen wird, wie es unser Anspruch ist. Das war die letzte Frage. Jetzt kommt die allerletzte. Bitteschön. Ismail Atalan, Ihr Trainerkollege aus Lotte, hat Sie mehrfach vor dem Spiel von Ihnen geschwärmt. Kennen Sie Herrn Atalan? Nein, noch nicht. Hatten Sie schon mal irgendwelche Berührungspunkte mit den Sportfreunden Lotte vor der Auslosung? Begebe ich mich jetzt aufs Glatte, als wenn ich Nein sage, weil Sie was wissen. Ich hätte jetzt nämlich gesagt Nein, noch nie. Das ist das erste Mal dort im Stadion. Wir sind gespannt drauf. Wir erwarten ein enges, emotional aufgeladenes Stadion. Und ja, die Kunst ist es, das ruhig zu bekommen morgen mit Qualität. Ich meine, die Lotte Pokalserie spricht ja für sich. Ein Team, das in diesen drei Runden tatsächlich das auch verdient hat, die Gegner zu schlagen und hochklassige Gegner zu schlagen. Das verdient natürlich unseren allen Respekt. Und es ist auch sehr wichtig, dass man das anerkennt. Und finde ich, und nicht abtut. Und das ist natürlich auch ein Verdienst meines Trainerkollegen mit seinem ganzen Staff. Und natürlich diese Emotionalität und die Hingabe dann auch in einer Mannschaft zu wecken, ist natürlich sein großes Verdienst. Und davor Respekt zu haben, finde ich, ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir sie auch morgen schlagen können. Sportliche Leistungen anzuerkennen, Respekt davor zu haben und uns dann zu konzentrieren, um selber die beste Leistung zu bringen, die uns morgen möglich ist. Das ist der Weg. Vielen Dank Ihnen allen und allen natürlich einen schönen Rest Rosenmontag. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschau.